Moin Leute, hier sind wir wieder zur Rückrunde von Dome und mir, jetzt gehts los, oh, mit Soldier, das finde ich gut, ja, das finde ich auch richtig gut, ja, da müssen wir gucken, in der Vorrunde hat er ja gewonnen. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt läuft, wo bist du, du Sau, wo kämpfst du da oben drinnen, du Sack, fuck, hast du dich selbst getroffen? Nein, so weiß ich nicht, ich habe hier noch mal eine Helix-Rakete voll versetzt. Wo bist du, 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 Loil. Das war jetzt aber, was ein Krebskampf, ey, müssen wir auch nochmal abchecken, ob wir jetzt eigentlich mit Heilung machen oder nicht, weil eigentlich war es nur eine Fähigkeit. Oh, die war es auch so richtig krebsig, ey. Leute, Alter. Das ist dein Main, oder? Ja, siehst du das eigentlich. Ja, jetzt so, als ob ich reinherspiele. Ja, wir hatten ja schon seit wecken, dass du da hattest. Okay. Wir hatten ja schon wieder. Komm her! Weckt sich dieses Scheißriss dramatisch irgendwann wieder? Komm mal, die waren das gewisse doll. Die regeneriert nicht schnell. Oh, du hast eine Energieskraft, die wir jetzt schon überholen. Husten eingeschaltet! Raketen schlägt hochgefahren! Er nirvt das! Wie er einfach seinen Ulti hat! Die Sackkratze! Wie er einfach seinen Ulti hat! Der killt mich mit Ulti! Achja, lieber macht Spaß! Oh ne! Man kann alles hacken! Die ist mir so... Weiß ich nicht! Kann hier nicht spielen! Ich hab meistens einfach nur Luck mit ihr! Empfänger aufgestellt! Bis später! Aure de regreso! 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 Alter, wie ich grad absolut mit treffe! Ja komm! Boah, das war jetzt richtig schlecht! Perfekt! Ach... Komm schon, lasst mal Reinhard kommen, ey! Reinhard war ich nicht richtig fertig! Ich bin eine Einwand-Nipokalypse! Ja, das glaub ich! So im normalen Spiel kann ich ihn spielen, aber auf 1 gegen 1 kann ich ihn einfach überhaupt gar nicht! Wobei, ja gut, im 1 gegen 1 hab ich ihn auch noch nie gespürt! Allgemein hab ich den 1 gegen 1 gemacht! Mh! 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 Mh... Mh! Mh! Guck mal, da wird er mich gerade heilen. Dass ich meinen Hochverfehlter habe, wäre richtig schlecht. Oh Gott. Wieder, jetzt gerade noch älter. Ja, irgendwas ist die größte Geburt. Was bringt eigentlich Linkschiff? Ja, weiß ich nicht sowas wie. Oh Gott, wo ich meine Barriere hingeschossen habe. Irgendwas mit Verteidigungslinie, sagt sie. Ach doll, da ist ja dein Schild davor. Ja, das war jetzt dämlich. Das war jetzt richtig dämlich. Das ist doch doof, dass du rausgegangen bist, ja. Ja, das war jetzt richtig dämlich. Ich habe gedacht, komm, hol ich mir jetzt aber irgendwie mal habe ich. Wie viel Schuss hat denn die Alte, um Gottes Willen? Ich glaube, die hat unendlich, oder? Ich habe wirklich darauf geachtet. Nein, du kannst ja nachladen. Ja, ich weiß, aber... Ja gut, dann... Ja, das war... 1-1 ist doch ein gutes Ergebnis. Du sperrst. Du musst auch in der Hinrunde, ne? Nur für dich jetzt halt im Prinzip. Ja, durchaus. Aber... Gut gespielt. Ähm... Also absolut gespielt! Ja, ich weiß nicht, mit D.Va... Da musst du... Da darfst du einfach nicht aufhören zu schießen, wenn der Gegner das Schild hat. Und du darfst das Schild nicht machen bei D.Va 1 gegen 1. Außer du bist halt aus... Oder der Gegner ist aus dem Mech raus. Dann geht das. Na gut, okay. Dann sagen wir jetzt mal für die Runde tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tudululul! 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 Tudululul!